Rund um die Welt steht hier. Hier ist ein Unternehmen, das macht ganz, ganz viele Dinge, ist auf der Hausmesse von Fotogressung. Und wenn Sie sich mal kurz vorstellen. Hallo, mein Name ist Thomas Klein. Ich komme von der Firma Alkorp. Es ist ein kleines, schönes, familiengeführtes Unternehmen und wir haben ein Labor. Das heißt, wir printen und machen alles rund ums Bild, digital sowie auch analog. Unter anderem haben wir hier für die Firma Kressung mitgebracht unser Steckenpferd. Ein schönes Fotobuch 30x45. Ideal für Panoramaaufnahmen geeignet. Das heißt also, wir haben dementsprechend auch die Software dafür. Und somit kommt natürlich jedes Bild hervorragend. Ich zeige das mal gerade. Das ist nämlich insgesamt fast einen Meter lang jetzt. Und deswegen, ich brauche mal gerade ein bisschen Bandbreite. Das heißt, man kann das Foto komplett von links nach rechts. Und das ist auch absolut, ja, es passt perfekt, oder? Mehr als perfekt, ja. Also ich mache das persönlich auch ganz gerne, diese Bücher, von jedem meine Urlaube und von meinen Reisezielen, weil es einfach sehr, sehr schön rüberkommt. Man kann es natürlich auch, wenn man dann zu Hause ist, anstatt ins Regal zu stellen. Das ist unglaublich groß. Wir sind noch leicht beengt hier auf der Hausmesse. Ich zeige es mal gerade hier oben, ja. Somit habe ich dann natürlich auch ein hervorragend gutes, tolles Bild, was ich dann auch zeigen kann, wenn ich Gäste habe. Oder ich habe zum Beispiel ein Bild, was ich im Prinzip Woche für Woche wechseln könnte, oder? So ist es, genau. Sie haben die Möglichkeit, dieses Buch mit 100 Seiten zu bestücken. Also auch dieses ist eine ganz neue Technik von uns. Und da sind wir auch besonders stolz drauf. Ich kann den Außenumschlag in Samt-Matt haben. Also auch da sind wir federführend drin. In Samt-Matt? In Samt-Matt. Das ist zart wie ein Kinderpropos. Da sind wir natürlich noch besonders stolz drauf. Wir haben ein HD-Glanz. Das heißt, ich kann auch dieses Album innen drin mit HD-Glanz-Bildern bestücken. Das hat eine richtig hervorragende, ganz, ganz tolle Brillanz. Das geht fast in die Tiefe rein. Also man könnte fast sagen, es ist zweidimensional. Und die Qualität ist natürlich dementsprechend irre. Es glänzt original, als wäre es jetzt hochglanz, eine Werbefotografie oder so irgendwas. Also das im Privatbereich geht. Und ich brauche jetzt keine 10, 20 zu bestellen. Ich kann nur eins bestellen. Genau. Sie können also einzeln bestellen. Wir fertigen diese Bücher von 10x10 bis 30x45. Das Thema Software ist ja immer so ein Thema. Das heißt, das sieht jetzt so toll aus, aber es ist wirklich extrem einfach auch herzustellen, oder? Es ist sehr, sehr einfach herzustellen, weil wir stellen auch diese gratis Bestellsoftware zur Verfügung und auch da für jeden Windows- bzw. Mac-Rechner. Und die Bedienung ist eigentlich selbsterklärend. Okay. Also jeder, der auch noch nie ein Fotobuch gemacht hat, hat die Möglichkeit, wirklich durch diese Selbsterklärung ein ganz, ganz tolles Fotobuch herzustellen. So, wir schauen uns mal das ganz Große nochmal an, denn das ist absolut faszinierend, ja. Wenn du mal gerade ein, zwei Mal weiterblätterst. Wo sind wir da ungefähr preislich bei dem Buch? Bei dem Buch fangen wir an bei 76,95 Euro. Und das hat dann 20 Seiten. Und jede weitere Seite würde dann kosten 2,60 Euro. 2,60 Euro. Das heißt, ich habe jetzt ein Spezialgeschenk für die Oma zum Beispiel. Da sind jetzt alle Fotos drin. Richtig. Da ist die Möglichkeit, 100 Seiten zu machen. Das heißt, ich könnte dort das Leben eines Sohnes, eines Enkels darstellen über 10 Jahre. Ich habe riesen Seiten und das ist natürlich ein Geschenk, was man nie mehr vergisst, oder? Genau. Okay, klasse. Da wollen wir natürlich, dass die Fangemeinde von der Firma Fotogressung diese Bücher in Schaden bestellt. Okay, klasse. Super, klasse. Es ist die Hausmesse von Fotogressung. Hier ist die Firma Alcop. Und ihr habt euch spezialisiert. Ah, ihr habt noch was. Wir haben was ganz, 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 ganz Tolles. Und zwar, wir haben eine Software entwickelt für die Handys. Das heißt also für das Mac und für Untread. Das heißt, das ist eine selbsterklärende Software, die auf das Handy gespielt werden kann. Dieses Fotobuch gibt es mit 20 respektive bis 98 Seiten pro Seite ein Bild. Wenn die Software auf dem Handy drauf ist, ist es auch selbsterklärend. Das heißt also, die Software geht automatisch dahin, wo die Bilder abgespeichert sind im System von dem Handy. Und ich brauche dann dementsprechend mindestens 20 Bilder eben anzuklicken. Und dann wird automatisch dieses Buch hergestellt. Ich kann es dann gleich wegschicken, egal wo ich bin. Also ich habe das jetzt auch gerade im Urlaub gemacht, als ich in Thailand war. Schon da eben für die ganzen Leute, die wir dort kennengelernt haben, Fotobücher bestellt. Und auch direkt in Thailand abgesendet. Das heißt also, die Leute sind dann, als sie nach Hause gekommen sind, natürlich toll überrascht worden, dass eben ein tolles Fotobuch schon in ihrem Briefkasten war. Oder zum Beispiel, ich habe jetzt fotografiert mal wieder bei der Oma, sage ich mal so, fahre los, bestell das, schickst du direkt an die Oma, das geht? Auf jeden Fall. Ich sage auch dauernd Oma, weil nämlich gerade ältere Leute freuen sich unglaublich über Fotos, oder? Richtig, genau. Da wollen wir ja auch hin, weil es sind sehr, sehr viele Bilder auf den Handys heute drauf. Und leider Gottes verstauben sie auf dem Handy. Und deswegen haben wir uns das einfallen lassen und haben dann gesagt, okay, das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Es ist eine einfache Geschichte. Dieses Buch gibt es in drei verschiedenen Formaten. In 10x10, das ist ungefähr so groß wie das Bild. In 13x13, Originalkäuse wie hier. Oder dann in 20x20. 20x20, das zeige ich mal ganz kurz. Wenn du auch da mal so lieb bist, dass du mal kurz aufklappst, dass man mal sieht, was drin ist. Auch da ist natürlich der Preis wieder entscheidend. Wo ist das kleine Buch ungefähr angesiedelt? Das kleine Buch ist ungefähr bei 8-9 Euro angesiedelt. 8-9 Euro nur? Ja, genau. Und hier sind wir bei 11 Euro und bei dem Großen sind wir bei 25. Gibt es auch von 20-98 Seiten. Und das Schöne ist, wir verkaufen das wahnsinnig viel an junge Mütter. Weil die fotokaffieren ja gerne ihre Kinder. Wenn die dann ins Café gehen, treffen sie sich mit Freundinnen und so weiter und so fort. Ach so, man kann das gut mitnehmen. Genau, man kann es mitnehmen. Und dann heißt es, wo hast du das Buch machen lassen? Ganz klar, hol dir die Software bei Gressung und dann kannst du sofort loslegen. Also, es ist eine wunderschöne Sache. Es ist preiswert. Und vor allen Dingen das Wichtige, es ist ein echtes Fotobuch. Es ist ein ausbildliches, chemisches Bild und kein Digitaltron. Okay, das heißt, ich habe von XXXL, da oben, ja, ein super Buch. Wenn du da so lieb bist, dass du das auch nochmal kurz umblätterst, bitte. Das schauen wir uns nämlich jetzt mal kurz an. Ja, das sind Panoramabilder, die man nämlich abbilden kann, von links nach rechts. Also, und die Farbbrillianz. Ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen hier erkennen. Das ist so, ihr könnt es euch auch im Original hier angucken bei der Firma Fotobestung. Da liegt es nämlich auch, ja. Das sind natürlich jetzt alles, ich sage mal, Profibilder. Aber heutzutage kann man selbst mit dem iPhone sowas ganz toll hinbekommen, oder? Genau, genau. Was wir natürlich auch drin haben in unserer Software, ist ein QR-Generator. Das ist dieses kleine Quadrat. Und zwar kann ich jetzt auf die Homepage gehen, zum Beispiel von der Rikmas Rikmas, gebe das ein als www.rikmas-rikmas in Hamburg. Und dann wird ein QR-Code generiert, den kann ich hier oben reinsetzen, kann dann, wenn ich ein QR-Code-Generator auf dem Handy habe, was man auch jetzt bei dem ganz neuen iPhone nicht mehr braucht. Da ist er nämlich jetzt eingebaut, ab der Version 11. Richtig. Das heißt, einfach nur Fotomodus anmachen, draufhalten und automatisch öffnet sich das jetzt. Genau. Und so kann ich das natürlich auch beim Restaurantbesuch machen. Ich war jetzt gerade auch in Berlin gewesen, habe dann dementsprechend ganz tolle Restaurants gefunden, habe mir eine Homepage aufgeschrieben. Und dann ist natürlich dann bei jedem Restaurant ein QR-Code, dass wenn ich dann mal gefragt werde, wo warst du da essen, muss ich mir nicht alles behalten, lasse ich dann über den QR-Code-Generator mir die Adresse oder die Speisekarte geben. Was auch geht, wäre zum Beispiel ein Link zu einem Video direkt dazu. Das heißt, ich habe ein Video gemacht, zum Beispiel mit dem iPhone, habe es bei YouTube hochgeladen, habe ein Foto gemacht und kann es dir direkt verlinken. Genau, so ist es. Super. Das heißt, ich fasse nochmal kurz zusammen. Da ist dein Stand. Du hast etwas wenig Platz hier heute auf der Hausmesse, aber es sei dir mal vertan. Wenn du nochmal kurz deinen Namen sagst. Mein Name ist Thomas Klein. Thomas Klein von der Firma Alcorb, ein kleines Familienunternehmen, wo du gesagt hast, ja, fein, aber klein. Genau, so ist es. Und ihr habt euch spezialisiert auf Fotobücher, Spezialanfertigungen mit absoluter Top-Qualität. Das Ganze ist erhältlich bei der Firma Fotogressung. Und wenn auch ihr dort Interesse habt, geht einfach mal kurz auf die Homepage von Alcorb, könnt euch da die Software runterladen. Und das Ganze kann man dann auch direkt hier abholen bei Gressung. Genau, so ist es. Entweder nach Hause geschickt bekommen oder man holt es hier ab. Super. Vielen, vielen Dank. Und wenn auch Sie ein Fotogub brauchen, kommen Sie zur Fotogressung. Und hier gibt es noch alle Details für das perfekte Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenk. Oder natürlich ganz toll jederzeit für Oma und Opa, für mein erstes Jahr, für den Philipp zum Beispiel. Wo man ganz tolle Geschenke dann auch hier verwirklichen kann. Tschüss. Dionne versetzt. Und jetzt von deinem vielen Bedankt. Vielen Dank.